Was hab ich denn für ne Waffe bitte? Ah, das war die langsame Waffe. Fuck. Wo seid ihr? Von überall. Von tot. Guck, gucken, auf welcher Stelle, äh, welcher Seite? Hi! Ihr fahrt ja mit? Ja. Die fuhlen grad mit hoch. Jetzt fährt der Wagen ohne mich weiter. Ja. Lass auch wieder starten. Ja, so kann er auch starten. Ich kann auch zu Fuß dahin gehen. Hm? Wo soll denn der Freund sein? Vor dir. Ja, er ist doch alleine. Nein, es wird einen umgeschossen haben. Ich hab keinen umgeschossen. Doch, da ist einer umgeschossen. Ich hab keinen umgeschossen. Der ist einer umgeschossen. Einer umgeschossen. Ich kann Granaten sowieso nicht zählen. Ich kann keine, äh, Soldaten zählen. Aber in den Taunen. Aber er fliegt durch. Das ist ja das Gute. Das einzig Gute daran. Die fliegen durch. Dann geht's doch nicht. Ach was? Ich weiß. Lululululululuuuu. aber alle, was fehlt noch, kommt auch was es haben noch es gibt wenig Filme, die ich wirklich gut fand Versehen so, dann wieder zum Filmthema zurück so geschlagen oder so mit Creme? mit Creme sieht man noch so aus Hallo! Ich bin da überall rein. Hm. Quatschen. Einer von euch Arschreifen. Und was man eine Kisse schieben kann. Puh, blöde Sau! Die Granate ging hoch, er sie über's gelandet war! Ich kann das hier. Nein! Sonst, bei mir landet sie schon, geht sie immer erst hoch, 15 Sekunden nachdem sie gelandet ist, und bei denen geht sie in der Luft hoch. Das dauert so ewig lange, bis sie mal irgendwann in die Luft gegangen ist. Das ist mir noch nie passiert. Die Luft, ja ich spring gleich auch gleich hin. Puh, genau! Der ist so, dass die Leudaten umknacken. Naja, umgangen. Gerade heulen, was heißt das? Nein, das könnte der Creme gar nicht gut gehen. Ich könnte, wie gesagt, immer noch Leute verprügeln. Aber dazu müssen... Wo hab ich denn Munition aufgehoben? So, wo seid ihr denn echt? Juhuhu! Muni! Du bist große Ecke wie jeder Ecke. Was gibt's denn noch für Lieder? Ach! Ich kenn mit Sicherheit noch viele! Noch viel mehr! So! Wo bist du, Arschgeige? Da ist auch ein Vieh. Irgendwo. Ich hab ihn aber auch erledigt. Hoffentlich. Ihr habt ihn erledigt. Wo! Woher? Morphin verabreicht? Ich hab ihn erledigt. Ich hab ihn erledigt. Morphil verabreicht ihr auch gleich mal Morphin? Ne. um einiges mehr ja ich weiß aber irgendwie schweig den keinen schaden zu finden so gar nicht schaden ein dann kopf ein Ich hasse euch, Leute. Ich hasse euch, Leute. Ja. Dazu muss man erst die Folge von Agatha... Ja, dazu muss man, ähm, heu... Ich höre noch wehen! Dafür muss man in die Hose greifen. In meine Hose greifen. Mein Puff ist... was in meiner Hose... Was? Was? Äh, wir nehmen die Kisten mit, danke. Komm, wir fahren den Pol... äh, Polizisten um. Die erschießen aber da... Ja, ja. Kann nix für dich. Da ist nur die Mannschaft. Aha. Erhobser. Was? Kannst du mal noch anders? Ja, das ist nur immer wieder, jedes Mal wie. Wie gesagt, ich vergesse nur jedes Mal immer wieder, wie... Wie man dieses... Wie man dieses... Wie man dieses blöde Fahrzeug steuert. Dann nimmt sie die Kiste wieder mit. Da ist aber leider nix drin. Hm, sie erschießen mir hier die Viecher. Wie und das sind unsere besten Freunde. Es, was ich eigentlich niemals nutze. Auch mal an. Hm. So ein fröhlicher Talk. So sprühen, dass du die Leute sterben mag. Hallo! Danke. Da komm ich zu. Toll, ich hab nur noch vier Sekunden zu leben. Ich hab damit noch wen. Du darfst auch den Wagen verlassen. Zwei Schuss waren es. Genau. Du darfst den Wagen auch verlassen. Hab ich auch gemacht. Ich hab den Wagen stehen lassen. So weiter zu machen. Ich sag jetzt nicht, was ich verstanden habe oder was ich euch gerne sagen möchte. Das will ich nicht sagen. Das sind kleine, junge Sprüche. Die braucht man nicht. Ich bin so gar nicht entnervt. Gut, dann machen wir es jetzt. Das ist noch entspannt. Ja. Wir... Wie lösen dann meinen Horror-Trip. Der wird wahrscheinlich wieder ganz leicht für mich sein. So wie es immer ist. Du hattest auch so mega Probleme... Warum stehst du auf einmal da, du blöde Sau? So mega Probleme... mit dem Lager, was oben ist, gehabt. Womit ich gar keine Probleme hatte. So... Du blöde Sau! Kommt der andere Arsch auch noch angekrochen? Ich wollte eigentlich zu euch eine Granate werfen. Aber danke, dass du es mir abnimmst. Zumindest einer von ihnen. Ich sehe, dass du Muni verlierst. Wir speichern mal kurz. Komm her! Ich komm nicht zu dir. Wir machen das gleiche Spiel wie mit Träger. Träger kennt das Spiel schon. Und es endet sich tödlich für ihn. Nein, Zentrale ist nicht erreichbar. Zentrale sagt, sie sind alle tot. Und du auch gleich. Ah, hallo! Sag ich doch, du bist auch gleich tot. Sag ich doch, du bist auch gleich tot. Na, du nur die Miene, so... Ich hasse dieses blöde Fehl. Immer und immer wieder. Ich hasse diese Waren. Wo bist du? Warum hab ich grad von dir vorzumachen? Was schalten? Ich wollte vorher. Ich würde ihn jetzt erledigen. Und erledigen. Ich wollte nämlich grade hier die Kisten einmal überprüfen. Hallo? Ja. Ich hab vorher gespürt. Nichts getroffen! Was kam dann noch? Ja, ich weiß. Die Fotzer. Ich hab grad echt von dem Fotzer verstanden. So, nach ihm hab ich gesprächert. Wo ist der Soldat? Obwohl besser gesagt, es ist nur noch Strom. Was ich jetzt störe. Hast du Fotzer gesagt eben? Weil er sich nicht suchen kann in diesem Spiel. Ich hab zwei, die. Ha! Hier sind Taschentücher drin. Dankeschön. Es spricht immer noch einer hier. Drei. Vier. Drei. Von den Fotzengängern einen. Drei. Drei. Mit Fotzengängern. Ey! Fotzengänger! Wo bist du? Ich hab aber nur einen g... gesehen. Ups hier. Wo ist hier? Ups hier. Oh ne noch. Ja. Wo bist du? Ich hör' mich dann noch ein. Ich hör' ja einen noch reden. Ich hör' mich dann noch ein bisschen. Oh nein. Komm mit ihm. Ha! Einfach so gegner' ich komm' gegen sie nicht an. Ich vergesse das immer. Es ist immer wieder dasselbe. Ja. Es ist immer wieder dasselbe. Ja. Tsch, tsch, tsch. Hier hätt' ich was für meine Rüstung. Aber nicht für Heilung. Weil die Rüstung... Oh. I don't know. Aber da ich ihm einfach draufgehe... Ja. Er ist ihn nicht länger. Ich bin halt in solchen Spielen einfach falsch. Ich bin da so ziemlich kamikaze-mäßig. Ja, genau. Wenn man den Text nicht kann. Ja. Einen Friend einfl imagin! Bitte hier den Songtext eins condens! Mhmmm... Öickel soll das kalt? Am ich die Tür öffnen? Nein. Ich hat wie wir ges expandiert. Kann ich auch nicht öffnen. Ululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul ja! Can ich auch nicht öffnen? Ja! Vor allem mit dem Schlürf. Ululululululululululululululululululululul. Ich da immer, vor der YouTuber daouring, so davor wirst du so reden? Das ist geil. Da er ja nur dieses Maul hat und nix anderes. Ja. Hat ja nicht mal ne Nase. Ich würde jedes Mal, setz bitte da ne Nase dran. Das sähe so affig aus. Ja. Das muss wirklich mal einer machen. Das ist so ein Sinn, wenn wir dann wieder bei Kinder so gehen. So auf dem Photoshop und so sehen, wenn du ne Nase rauskommst. Genau. Genau. Er geht sich ne Nase angucken. Wo bist du? Ich hasse Hebel. Oh. Ich hasse Hebel persönlich. Wo ist mein Waren hin? Der... Ich hatte vergessen ihn auszumachen. Ich hatte vergessen ihn auszumachen, aber er hatte hier an der Dings gehalten und er ist nicht weitergefahren. Ah... Da bleibt einfach... Lululululululu. Auch wenn er ne Baris hatte... Ne Baris hatte. Hm? Da steht der doch... Da steht der doch... Da hat er wieder Fotze gesagt. Das steht der ja. Was sagt ihr? zu das bin ich weil ich da nicht draufkomme nur ja ich bin eh gleich tot nein doch nicht klar bin ich gerade wenn ich sage ich bin eh gleich tot dann überlebe ich jedes mal nein das habt ihr schon benutzt dann bin ich auf die Schienen geraten ich nicht ich war hier nämlich noch gar nicht du so wie du heute deine gedrückt hat so nein ihr seid zu zweit komm stirb bin ich da da kommen noch welche wer ist nicht genau der auf den Weg auch rein blöde Sau ich bin auf den dreimal wenn ich weiß ja und dann war ich so Katzenflächen und hab einfach um die Ecke eine Granate geworfen ja es ist auch immer sehr gut ich bin so ziffig war auch ja du fährst auch auf sowas rein du bist Shooter nicht gewöhnt du spielst eher selten Shooter ja das ist Horror Shooter bin eher ich obwohl ich auch selten echt selten Shooter spiele ich spiel ja oh okay die 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 Trauer legt sich her ob ich mich da ehemals du blöde Sau kommt auch noch runter ja das tut mir ich hätte nicht ich hätte es nicht noch ganz wollen oder du bist du ich dachte er sei gestorben ich bin gleich mein Hero ich bin Terminator da steht da steht Heilung da steht warum durst du weg du blöde Sau weil der gleich alles hoch geht ich geh dann gleich mal hoch ich geh dann gleich mal hoch ja seh die Wand geh ich sowieso hoch ich will mich so gerne mal sehen ich soll sie brauchen doch warte mal komm wieder oder Spiderpick oder Spiderpick 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 NEIN aber er geht hoch so muss das sein so muss das sein der blöde Arsch ist runter gegangen der blöde Trottel äh doch nicht du hast eben die Treppe runter gegangen du hast eben die Treppe runter gegangen ich stehe dem auch gleich mal wo ruhiger ruhiger kann ich auch ganz einfach ignorieren mein blöder Freund da in der Ecke oder brauche ich die so ruhiger ruhiger was warte auch von dir verlachen okay ich bin der Schilder gegen mich wenn ich so aus Schotter so singe ja ja ich kenne das Lied ja ich bin der Schilder gegen wenn ich Schotter muss ich singen oh großes äh Ingstreff ja dann erwartet sich hier was dann muss ich gerade so ein bisschen lange schalten ja ich weiß aber die starke die ist langsam am stark ist die stehen gestorben? nein danke wer läuft da? ich höre Schritte ich war's nicht vor allem ich höre Schritte und dann uahhh nochmal wir kommen nicht voran